Hallöchen, ihr lieben Leute da draußen vor den heimischen Empfangsgeräten. Schramowitsch, der alte Halunke, der hat keine Rüstung an. Komm hoch, ich kann dir doch eine Rüstung geben. Dann tu es doch endlich, Fred. Und wir töten jetzt hier den Wither-Typen. Erstmal muss ich mir das Schwert einen Bogen kaufen, Fred. Hast du das noch nicht gemacht? Echt? Du hörst mir nicht zu, kann das sein? Manchmal glaube ich das auch, ja. Ich hab den Bogen, ich hab den Bogen, Fred, ich sterbe, glaube ich. Ich hab dann mal das Ding benutzt. Ich hab den Bogen noch nicht benutzt. Aber ich hab so eine Potion geworfen. Das ist gut, die Potions sind gut. Dann komm, lass mal hier hingehen und schießen. Ich komm. Oh, bist du belegen? Oh, jetzt ist ein Spieltier da, Fred. Schramow, du musst da drauf schießen. Ich schieß doch. Ich hab daneben gefasst, Fred. Mein Bogen ist kaputt, Fred. Ich bin da auch, wie er so, Fred. Ah, du bist nicht so der gute Schütze, ne? Nein. Merk ich. Was? Na gut, na gut. Oh. Ich kann mir auch gleich mehrere Bögen einfach holen, dann mach ich den kaputt. Ja, von mir aus ist das Lachs. Kümmer ich mich um die Viecher mit meinen coolen Tränken, die ich gelegentlich habe. Ja, die spawnen hier vorne, glaub ich, hier. Ja, und dann schnapp ich mir die und dann werfe ich damit durch die Giesen. So, wie viele Tränen habe ich jetzt schon wieder? Neun. Ich hab drei. Also du holst jetzt mehrere Bögen, ja? Schramow, warum läufst du denn hier jetzt rum? Sollen jetzt doch meine Tränen ein? Ich hab drei. Warum läufst du jetzt rum? Hä, was denn? Jetzt hab ich elf Tränen. Ja, ist alles in Ordnung, Fred. Komm hierher, dann kriegst du noch drei. Ne, ich werfe die jetzt hier hin. Ach, Schramow. Tut mir leid, ich bin etwas in Stress. Da kann ich nicht alles, alles mitkriegen. Oh. So, ich setz mir die mal alle auf die Tasten hier, die Tränke. Ich hab ja ganz viele Tränke. Vier, um genau zu sein. Fünf. Können hier bitte noch ein paar Skelette kommen? Sechs. Hier, Fred. Wow. Siebzehn Tränen. Oh. Das ist eine gute Taktik. So machen wir das. Da kommt ein Skelett, Fred. Was ist denn da? Das Skelett da vorne nehm ich auch noch mal fix. Elsenende. Elsenende. Wir haben jetzt auch wieder ein Skelett. Okay, das ist dann die letzte Träne, die ich brauche. Das ist für zwei Bögen. Meinst du, zwei Bögen reichen? Ja, denke ich schon. Du musstest die Träne, glaube ich, aufgasen. Ach, nee, hier liegt sie. Okay, okay. Ich komme, Fred. Ich werfe einen Trang. Oh. Hallo? Ich versuche, für Verteidigung zu sorgen. Allerdings sterbe ich. Okay, ich habe zwei Bögen. Aber ich bin tot. Ja, dann ist das doch gut. Dann spawnst du mit vollem Leben. Hm. Und jetzt? Ich ziehe jetzt die Aufmerksamkeit der Wither-Viecher auf mich. Und du kümmerst dich um den Wither selbst. Ja. Ignorier die ganzen Kleinen. Ich versuche, die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Okay. Okay, er kommt, er kommt. Ich muss schnell, ich kann. Ich konnte nicht. Komm. Mit der Post in der Hand. Wird Wurst? Aber ich wurde noch von so einem Skelett getötet. Ich nicht, ich lebe. Ich habe die Music-Disk. Wir haben den Wither besiegt. Und ich habe dafür allerdings den Nether-Star. Toll. Hier ist noch ein Wither. Ich werfe mal hier die Diske ein, bevor noch mehr von den Viechern spawnen. Do it. Yes, you have done it. Wait. What is that bridge for? Guck mal hier. Ich bin gestorben, Fred. Komm mal schnell hoch. Fred, ich bin gestorben. Ja, aber komm mal schnell zurück. Hier ist eine Brücke. Schön. Schön. Hallo. Ah, was ist das hier? So, sehr gut. Oh, hübsch. Oh. Ja. Schick, schick. Kann man sich ansehen. Waren wir nicht gerade im Nether? Ich dachte, wir wären im Nether. Ja, was du also denkst. Wir waren gar nicht im Nether. Oh, Magie. Magie. Did you really think you could kill me? Ach, nee. Ich habe den Nether-Star. Warte, ich lese mal mal ganz kurz, was das Questlog sagt. Oh, ja, das Questlog. Kill the Wither. Ach so, und jetzt subscribe to Hypixel on YouTube. Hahaha. The boss fight, this boss fight requires coordination and skills. Steht da. Ja, das sehe ich auch. Das hatten wir. Ja, ja. Wir haben es super gelöst. Ja, wir hatten extrem hohe Koordination. See you next time, humans! Thank you for playing Herobryans Mansion. Make sure you follow Hypixel on YouTube to see more. Herobryan2 is out. You can download it at hypixel.net. To be continued. So, so. Ja, Schrammo. Dann sind wir durch, wa? Ja. Und, was sagst du? Ich sag, das ist eine sehr schöne Map. Sah super hübsch aus. War auch super gut designed. Unsere Spielweise war vielleicht nicht ganz so wie gedacht. Aber wie schon erwartet von uns eigentlich, ne? Eigentlich ja, eigentlich ja, eigentlich ja. Ja, dann. Weiß ich nicht. Hast du noch was zu sagen? Pik. Ich seh dich nicht. Ich bohre dir in der Nase. Pik, pik, pik mit meinem Schwert. Ja, Fred. In die Ohren. Pik, pik. Okay, Fred. Pik, pik. Ja, dann, ähm, da vorne steht es, to be continued, vielleicht, maybe? Schreibt doch mal in die Kommentare. Wird es weitergehen? Ja oder nein? Ihr entscheidet. Du entscheidest. Ja, du auch. Oh, ich seh dich von innen. Du bist ein ziemlicher Hohlkopf, Schrammo. Bevor das Ganze jetzt noch merkwürdiger wird, sag ich jetzt an dieser Stelle. Bis denn dann und tschüdelü. Auf Wiedersehen.